hey leute weiter geht's mit isaac und wir starten auch gleich mit isaac einen neuen rand aber nicht greed sondern normal hat auch nicht hat vielleicht irgendwann mal vielleicht mal irgendwann zwischendurch mal gucken er wenn es mal nicht laufen sollte oder wenn ich irgendwie wirklich immer wieder dasselbe kommt und ich komme nicht weiter dann werde ich glaube ich mal wechseln der abwechslung halber aber da habe ich jetzt auch schon genug geblubbert endlich geht's weiter was haben wir hier lässt kennen ist das irgendwie passiver effekt oder sowas in der richtung ich sag schon wieder ja aber die musik ist so gut ist ein traum hallo was seid ihr denn kleine häufchen was haben wir hier die sehen auch sehr interessant aus der schlüssel ist schon mal ganz cool ich muss erst mal wieder ein bisschen hier rein kommen das ist halt ein bisschen doof wenn man nur jeden zweiten tag das spiel spielt und dann auch aufnimmt ja vielleicht werde ich das in zukunft noch ändern mal gucken oder ich werde dann doch mal mehr aufnehmen ich habe da schon mal wirklich von geredet aber ich schaffe das momentan einfach nicht hier vor das hätte nicht sein müssen das ist gerade alles ziemlich und clever was ich hier mache und jetzt gehe schon kaputt genau geht doch ja glaub ich sollte ich kann mich gerade nicht so richtig entscheiden oder ich konnte mich gerade nicht so richtig entscheiden weil ich glaube die hier sollten erstmal priorität haben und diese schwammköpfe sind im prinzip kein problem solange da solange ich die nicht erledige und da kommt fliegen raus schon wieder ein schlüssel wow da haben wir einen boss und ich habe noch ein herz das ist mal wieder ein super start da ist eine bombe gut ich kann die bombe sprengen aber warum sollte das tun ich habe das mit den blöcken da noch nicht so richtig verstanden auf der seite war ja sonst nichts weiter da unten war noch ein raum sind das beides shops gut das werde ich bei zeiten noch rausfinden aber wir gehen jetzt erstmal zum boss und ich würde gerne wissen was die kanone macht ich sollte mir das echt mal irgendwann durchlesen in zukunft larry jr das ist natürlich eklig mit einem herz sind die ganz schön eklig ja genau und gleich bin ich tot kurz eine millisekunde konzentrieren ein haben wir erledigt ich habe es geschafft haha ich bin nicht gestorben damage und range ab das ist schon mal ganz cool und nach wie vor die haufen geben auch in dem spiel hier nichts von den die brune ist wahrscheinlich nicht so toll gehen wir mal weiter was ist das denn warum sieht der raum da so komisch aus also auf der minimap meinte ich oder sieht der immer so aus ja mit dem kommt man eigentlich auch ganz gut klar weil man muss nur möglichst weit von denen entfernt bleiben das hat sich nicht geändert dann schießen die einen auch nicht auf einen ok ein paar münzen nehme ich doch gerne mit herzen werden aber auch gar nicht mal so verkehrt das ist echt so eine gewöhnungssache das spiel ist so viel schneller als der erste teil beziehungsweise so viel flüssiger das bin ich nicht gewohnt oder aber ja was heißt der erste teil ihr wisst schon was ich meine das erste isaac das ist ja nicht nur hier das ist auch after burst und after burst plus so jetzt mal ein bisschen cleverer hier ja das war jetzt total clever nein nicht wirklich aber ich komme an die kriege einfach nicht in die nähe der fässer an derzeit kann ich die auch so kaputt machen genau das da noch und das und wir gehen natürlich in item raum oh hallo ihr seid ja ganz vernünftig aus vom gesichtsausdruck sooo da ist was was mir folgt sehr cool das ist auf jeden fall eine coole idee für ein item quatsch das sieht doch super aus noch ein schlüssel also ein schlüsselmangel können wir uns momentan nicht beschweren zweieinhalb perzen ist auch ganz ok das item scheint mir schon recht stark zu sein vor allem da ich müsste ja nicht mal selber zielen da gibt es ein halbes herz da oben haben wir einen shop der ist mir aber banane an der stelle gut was gibt es hier da ist gleich schon der boss am besten jetzt gar nicht mehr treffen lassen und wir waren jetzt auch hier schon überall ich kann natürlich mal hier unten eine bombe legen vielleicht oh ich habe meinen geheimraum gefunden wow das sieht aber echt düster aus und die pilze sind glaube ich nur zu zierde würde ich mal drauf tippen gut dann mal auf zum boss monstro die hilfe von oben ist echt ganz nett muss man auch nicht irgendwie so steuern oder so das geht immer automatisch macht auch gar nicht mal so wenig schaden das ist doch schon in der ganze ecke einfacher hp ab gut gut was hätten wir denn hier euch kenne ich ja noch gar nicht ich glaube kommt man da so dran kommt man sogar infested friend nehme ich den mal mit der andere sah aus wie ein sensenmann ich lasse mich überraschen auf jeden fall super sache jede menge neue items und zwar jede jede menge neue items das sieht doch soweit schon ganz gut aus ach so bei dem spawn oder der spawn um uns dann fliegen das ist ja mal gar nicht so dumm einmal batsch da kommt die hand von oben und der raum ist schon so gut wie geschafft stompi das sieht gut aus ein paar münzen schalter ok das kannte ich so bisher noch nicht nur halt aus dem greed modus mit dem einschalter ich wusste nicht dass es solche schalter hier auch im normalen spiel gibt wow das sind aber eine menge das sind echt eine menge kann man auch nicht mal auf einmal so weghauen das haben sie schon ganz tricky gemacht in kleinen räumen war das ja kein problem die alle auf einmal weg zu kratzen vor allen dingen mit explosive shots schon wieder ein schlüssel da gibt es noch eine münze was haben wir hier ist jetzt na gut ne nicht für die paar münzen oh hallo batsch ach der ist so super wo geht das denn hier hin schon wieder ein schlüssel habe ich irgendein item das mir mehr schlüssel gibt ich würde fast drauf tippen jetzt habe ich mich doch treffen lassen verdammt ich wollte gerade sagen das ist ja gar nicht mal so schwer hier was wir können felsen weg machen habe ich das jetzt richtig gesehen wir können diese pilze umlaufen umrempeln aber ich kann auch hier steine weg machen das war jetzt nicht so clever da ist schon der boss ich würde mal sagen wir gucken erst noch mal oben ein bisschen ist auf jeden Fall gut zu wissen dass ich die teile da weg machen kann das hier sacken wir auch noch eben ein da oben ging es aber noch irgendwo weiter hallo du regenbogenhaufen ach das funktioniert so was auch immer das jetzt gebracht haben soll probier das da unten gleich mal mit den steinen ich kann die also ja weg machen beziehungsweise umkippen hallo pride das ging fix eine pille ein drausi okay da wäre eine bombe two of hearts ist schon mal ganz super ich okay lucky rock has appeared in the basement gut neues item freigeschaltet da werden auch noch jede menge mehr kommen machen wir das noch weg da war leider keine münze mehr wir haben schon so viele münzen da wäre doch es doch langsamer zeit für einen shop oder nicht auf jeden Fall nehme ich mir das Herz noch mit gut was haben wir hier was zum Henker ist das Dice-Shard okay was zum Henker der blue map has appeared in the basement ich habe keine ahnung was man da genau mit machen kann aber ich glaube ja das war jetzt blöd dass ich mir das item geholt habe dann kann ich nicht mehr tour of hearts mitnehmen ich glaube das ist für mich erstmal besser so und dann gehen wir jetzt zum boss mal gucken den haben wir da Chup hallo Chup das war knapp ja das war nicht knapp genug wow so und dann gehen wir da wenn wir da vielleicht was wir dann wir haben uns coin purse auf p ilen p ilen p ilen st veste in veste luck up gut wir sehen richtig gesund aus so sehe ich auch immer aus also von daher keine sorge was tropft denn hier pillen das könnte auf jeden fall ganz lustig werden sind hier echt schon gut aufgestellt vielleicht sollte die pilze nicht kaputt machen wieder ist doch mal zwei kiste na ja wollte ich gar nicht mann ich dachte ich passe durch aber nein war leider nicht der fall liberty cap ok gut ich beinahe übersehen was heißt übersehen ich hätte aber ich erst gedacht das ist einfach nur so ein normaler pilz aber nein ich bin guter dinge was diesen run angeht bisher hatte auch ein bisschen glück vor allen dingen mal anfangen dass ich da nicht gleich beim ersten boss gestorben bin über erheblichkeit kommt vor dem fall was gibt es hier schlüssel mal wieder und schon wieder ein paar münzen oh hallo wieder ein schlüssel und münzen und überhaupt was haben wir denn hier ja gut nehme ich mal das mit und dann kann ich das ich kann gar nichts item martür das war doch auch schon mal am anfang also beim uhr isaac so dass ich dann keine items mehr aufsammeln konnte oder irgendwie so war das doch ich habe das jetzt auch nicht so lange gespielt ich habe zwar ein paar videos gemacht das ist halt super doof ja und das wird noch lustig so kann mich doch überhaupt keiner mehr verfehlen das sind immer die normalen würmer verdammt gut jetzt muss ich ach nee ach so funktioniert das ok nein was mache ich denn du drücken wieso nee dann kriege ich das doppelte was ich an herzen habe da bin ich im momenten two of hearts das war doch so ich habe da doch immer zwei herzen bekommen soweit ich mich entsinnen kann oh das ist kein guter raum das ist schon mal kein toller raum ich schließe einfach vor mich hin total lehm ich weiß aber ich will nicht sterben der fuß ist so gut fuß im glück hallo oder hand auch hand im glück kann ja das wieder video lange glieder nennen ich habe es ja schon gesagt also gerade jetzt am anfang werde ich erstmal nur so ein bisschen vor mich hinspielen und weiß ich nicht ab video 20 oder so 20 30 keine ahnung werde ich mich da mal ein bisschen schlau machen wie items so funktionieren ach komm doch hör doch auf komm doch hör doch auf genau das wäre gar nicht mal so blöd glaube ich oder na wenn überhaupt dann erst mal gucken was wir hier noch so kriegen auf der ebene wenn ich noch eine bombe kriegen würde hier haben wir schon schlüssel von daher auch cool acid baby pilz 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 alles klar gesichtsausdruck ist super da oben haben wir schon wieder so eine versteckte bombe ja ja das geräusch mache ich auch immer wenn ich morgens aufstehe das ist mir da egal ansonsten bleibt dann nur noch hier die rechte seite die fliegen sind dann natürlich auch schon wieder recht toll und quasi auf der richtigen höhe ja da muss ich echt ein bisschen aufpassen das ist das einzige problem bei denen wenn die explodieren ist halt immer die frage was dann da für fliegen rauskommt aber das sollte doch absolut kein thema hier sein cool ach ne das ist so eine bombe ich denke immer an dieses bomben item das sieht doch auch das sah doch im ureisek auch so aus deswegen will ich das erst immer einsammeln das jetzt zugegeben nicht so clever ist ansonsten war hier nichts weiter ja gut wir haben eine bombe und was mache ich damit das ist die frage ich gehe nochmal ein Stück zur seite ja ne ich kann jetzt echt nicht abschätzen hier wo da ein geheimraum sein sollte deswegen werde ich die bombe jetzt nicht benutzen hallo Larry jr ist aber ganz cool dass es davon unterschiedliche gibt also mal zwei mal ein zwei kürzere ein lang könnte diese musik stundlange werden ja ich höre jetzt langsam auf hier über der musik lobpudelei ist mir bestimmt irgendwann nervig so sieht das doch schon besser aus ja wenn da kein druck hinter ist also dass ich fast drauf gehe dann ist das meist eigentlich kein thema ist auch so ein bisschen hier der psychologische faktor tiers und shots wieder ab das ist doch mal ganz nett herzen brauchen wir nicht ansonsten gut mal weiter das können wir glaube ich jetzt mal überspringen ich würde mal behaupten ich habe da schon fast alles gesehen oh hallo eine bombe und eine pille eine pille helft es ab nehme ich gerne ansonsten oh hallo diese roten fliegen die habe ich ja noch gar nicht gesehen machen die irgendwas sieht jetzt nicht danach aus zumindest hier noch nicht ok 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 ja das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt aber wer den penny nicht ehrt und so oh schon wieder eine pille das war jetzt nicht so cool aber egal gut gut da unten können wir hier jetzt noch gucken was haben wir denn hier tolles oh das ist ja 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 das war schon wieder voll der panik move so von wegen nur der ganze raum ist voller gegner ja ich laufe da jetzt einfach mal quer mit rein was jetzt irgendwie keine so gute entscheidung ist aber ja gut wenn sich irgendwann mal routine einstellen sollte dann wird das halt nicht mehr passieren was bist du denn was bist du denn anemic toxic blood oh was ist das ich glaube das möchte ich mir mal anschauen gut muss ich wahrscheinlich mehr rein werfen kann das teil kann ich scheinbar auch nicht in die luft sprengen sonst wäre das gleich schon in die luft geflogen ist auf jeden fall cool hier ein paar neue sachen rauszufinden aber so wie ich das jetzt hier gerade sehe ist das doch hier schon mal gute möglichkeit dass es dann geheimraum ist oder hat dieser riss da in der wand irgendwas zu bedeuten vermutlich nicht nein natürlich nicht gut keine münzen mehr keine bomben keine schlüssel hallo monstro die haben jetzt auch unterschiedliche unterschiedliches beiwerk um es mal so zu sagen auf jeden fall interessant naja mach du mal gut dich schalten wir mal eben aus einfach mal hier voll drauf ballern dann macht er es auch nicht lange geht doch speed and range up wow oh gott bin ich schnell oh hilfe da ziehe ich noch so eine blutspur hinter mir her sieht alles total gesund aus mal hier lag ab nehme ich gerne mal mit und hier unten das ist eine normale kiste ich glaube auch nach wie vor nicht also nach was heißt nach wie vor ich glaube nicht dass das hier so weit ein bisschen anders funktioniert das sind halt die normalen kisten und so ein challenge raum für eine normale kiste ja gut wenn man wirklich gute items hat oder gut spielen kann ich habe schon bessere sachen glaube ich aber mit dem spiel nagt das noch so ein bisschen dann könnte sich das durchaus lohnen ist ja generell eigentlich immer eine gute idee alles mitzunehmen was man kriegen kann in so einem look light ja und ne ist sowieso egal weil das wollen wir gar nicht anschauen wir haben keinen schlüssel uah da muss ich mir auch noch ein bisschen dran gewöhnen dass sich der bildschirm dann hier so bewegt und wenn man einfach so schnell unterwegs ist bewegt er sich auch so schnell Lack ab Lack ab Lack Affe Lack Affe keine Bombe sonst hätte ich da unten mal geguckt ansonsten boah das sieht ja seeeinland aus die roten feuer sind mir da egal boah das war schon etwas knepper wie halten die denn aus wie halten die denn aus Speed hat auf jeden fall seinen vorteil auch wenn das bei mir dann irgendwann ins gegenteil umschlägt ja 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 nein ich sag jetzt nicht solche geräusche mache ich ja auch dabei habe ich es gerade gesagt ha 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 oh gott oh gott naja mir ist nichts peinlich ha 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 ich lade ja sowieso alles hoch von daher egal wie es läuft gut ich habe auch schon mal irgendwie also ich habe bei manchen Videos teilweise das Problem also bei bei Spielen die ich anspiele dass ich mich dann irgendwie in den ersten 10 Sekunden verhaspel oder überhaupt nicht weiß was ich sagen wollte und das dann fange ich neu an aber ansonsten eher nicht ach verdammt jetzt bin ich darüber gelaufen wie kommen wir denn da ran ich glaube mit der Bombe komme ich da nicht ran Shrinkshot das muss ich auch irgendwann nochmal rausfinden wie ich an sowas ran komme ich habe erst gelesen Shrinkshot aber ich glaube das wird nicht so richtig zum Spiel passen nicht so ganz aber das ärgert mich schon ein bisschen dass ich hier keine Bomben habe Hallo Piep machst du Piep naja das war goldig ich habe jetzt wieder extrem das Bedürfnis in Schüsse reinzulaufen das gibt es nicht das gibt es doch nicht das ist doch keine Raketenwissenschaft hier uah wow das war glücklich das gebe ich zu das war geplant das war kein Thema so viel Schaden kommt da jetzt nicht gerade bei rum da komm schon 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 hinter den Felster verstecken ja genau das war das richtige Geräusch Isaac ich bin grad total überfordert der Felder die kriege ich doch wenn ich dich jetzt hier nicht schaffen dann weiß ich auch nicht oh ne nein 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 das kannst du knicken wow ich muss das aber auch mal spannend machen natürlich absicht damage und range up blatt ja dass das war ja gemein das wäre echt blöd gelaufen ich habe aber auch manchmal ein schwein meist nie an so stellen wo ich wirklich sagen könnte hey das hätte mir jetzt geholfen irgendwie ein boss also oder mom zu schaffen immer so zwischendurch oder am anfang aber nie dann wenn ich wirklich brauche wohl was heißt das natürlich brauche ich auch zwischendurch aber anders wäre es doch ziemlich hilfreich was zur hölle ich wollte doch noch gar nicht darunter auch schon ganze drei münzen das ist ja da nehme ich jetzt nicht petrified poop ok was auch immer man damit macht ich weiß es nicht dann sind wir die pille mal losgeworden nicht dass ich die noch irgendwann zufällig nehme und das hier ist gerade ein bisschen bisschen blöden ich glaube schon wieder ja genau wie ein richtiger profi ich schiebe das jetzt mal auf speed oh kollege du könntest ein problem für mich werden du könntest wirklich ein problem für mich werden aber man sieht das ja wer der charge oh gott das wäre böse geworden da hat echt schwein schon wieder so eine situation und da war eine pille verdammt verdammt oh gott oh gott diese shrink shots sind jetzt nicht unbedingt so praktisch bin ich jetzt nicht so der fan von könnte mich dann mal auch gut dazu führen dass man einfach gegner übersieht weil er so klein geworden ist was wahrscheinlich auch die absicht dahinter ist was haben wir hier lack ab ja wo ist mein lack oh nein oh nein 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 es könnte knicken ah verdammt ja gut das war vorhersehbar das war wirklich vorhersehbar da hätte ich aber auch nicht mehr wegkommen können nicht dass ich wüsste es sei denn ich hätte ein item gehabt zum beispiel auch irgendwie ein teleporter mal da wäre ein teleporter echt nützlich gewesen vor allen dingen weil ich da auch gar nicht weiter langen müsste ich könnte dann einfach wieder zurückgehen gut auf jeden fall ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß ich hatte spaß schon allein wegen der musik aber nein das spiel ist schon an sich super auch von den items von gameplay mechaniken aber die musik ist so gut okay ich höre jetzt damit auf ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß das war es erstmal wieder von mir und bis bald